Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Absinthe Sunset. Der Absinthe Sunset ist ein starker Cocktail, der seinen Geschmack aus dem Absinthe nimmt. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 3cl Absinthe, 2cl Creme de Cassis, 1cl Zitronensaft, Zitronenlimonade, Crushed Ice. Folgende Utensilien werden benötigt. Long Drink Glas Zubereitung Das Long Drink Glas zur Hälfte mit Crushed Ice füllen, Absinthe, Cassis und Zitronensaft dazugeben. Mit Zitronenlimonade auffüllen, sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Diese Varianten gibt es Absinthe Sunset. Absinthe Friend. Viel Spaß beim Kochen und guten Appetit!